Servus Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja da, am Anfang war ich noch optimistisch mit der Platte hier, aber schaut mal das Video an. Ich werde euch ein paar Sachen fragen, weil es kommt hier anders, wie ich denke. Deswegen bleibt dran, abonniert den Kanal. Vielleicht bekomme ich ja von euch ein paar Tipps, die mir helfen können, weiterzumachen. Oder verschwende ich einfach nur meine Zeit mit diesem Scheiß hier. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von der Scheiße hier. Und helft mir vielleicht dieses Projekt zu vollenden. Und zwar habe ich hier eine Platte, die steht bei uns schon länger rum. Das war irgendwann mal eine Rückwand von einem Schrank. Offensichtlich war der Schrank auch ein Raumteiler oder so, wahrscheinlich 70er Jahre. Denn hier ist schon Stoff bespannt. Irgendwie schaut es aus wie ein Kartoffelsack. Ja wie so ein alter Jutesack, wie auch immer. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, was das mal war, irgendwann mal. Also erstes mal reinigen, ein bisschen absaugen. So komische lose Fäden entfernen. Und dann wird der Stoff eingefarbt. Zwar habe ich hier schon experimentiert mit einer Sprühfarbe. Also zum Besprühen nehme ich halt so eine wasserbasierte Sprühfarbe. Nimmt man eigentlich her für Leinwände, also für Künstlerleinwände. Und der Stoff, das Textilmaterial, wird halt nicht so spröde und hart wie bei Lösemittellack. Funktioniert auf jeden Fall. Also zu der Platte nochmal. Ihr habt so eine Platte mit Sicherheit nicht. Wenn ihr sowas machen wollt, dann besorgt euch eine günstige Platte. Vielleicht sogar aus dem Sperrmüll. Ansonsten kauft eine Platte. Und dann könnt ihr einen schwarzen Stoff drauf tackern. Ja, also rumspannen, um die Ecken hin tackern. Es gibt auch mit Sicherheit Textilfarbe in der Sprühdose. Habe ich jetzt halt nicht da. Ich nehme immer das her, was ich da habe. Schwarze Farbe auf Wasserbasis. Habe ich hier schon experimentiert. Der Stoff bleibt schön weich. Und das ist wichtig, weil sonst wird der Schall nicht mehr absorbiert. Wenn ihr mit richtigem Lack drüber geht oder mit irgendwas Hartem, dann wird der Schall natürlich abgestoßen von der Oberfläche. Oder so ähnlich. Ja, der prallt dann ab. Und wenn man dann diese Bretter drauf macht, soll ja der Schall in den Zwischenräumen sich dämpfen, absorbiert werden und so weiter. Und dann wäre es besser, wenn der Stoff halt weich bleibt. Ganz einfach. Aber natürlich wäre es besser, wenn ihr schon von Grund auf einen schwarzen Stoff nehmt oder sogar mit Schaumstoff hinterfüttert. So richtige Akustikpanelflächen, die man kaufen kann, sind ja meistens auch mit Schaumstoff dahinter. Aber mir geht es jetzt nicht um eine hundertprozentige Akustikwand, sondern ich möchte diese Platte einfach hernehmen und verwenden sinnvoll. In meinem Videoschnittraum, wenn ich nachträglich im Videoschnitt etwas vertone, ist es besser, wenn ich akustisch einfach einen besseren Raum habe. Und da bietet sich die Platte perfekt an. Ja, das ist ja super. Also ich habe jetzt hier Nut- und Fetebretter. So, gut, dass ich einen 3D-Drucker habe. Kurz mal ein Featherboard gedruckt. Und da kann ich jetzt schön diese ganze Bretter auf Maß bringen. Halbieren. Also aus 1 macht 2. Da habe ich doppelt so viel. Also aus 1 und 5 Nachts plus. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 hier drauf tackern das ist so ein Seidenstoff den habe ich mal als Tischdecke gehabt auf einer Tattoo-Messe als schwarze Tischdecke so seidenglänzender Stoff wäre vielleicht nicht schlecht ich bin echt ratlos momentan gerade und ich mache das jetzt wirklich so ihr seid gefragt ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben wie würdet ihr weitermachen es handelt sich jetzt nur um ein kurzes Video ich mache einen Zweiteiler draus wenn ich keinen Zweiteiler draus mache dann werde ich diese Platte wegschmeißen weil ich sage mal so ich könnte jetzt schon rum machen aber ich bin der Meinung dass ihr, meine Abonnenten und Zuschauer quasi auch Mitspracherecht habt was würdet ihr machen? die Metallplatte drinnen lassen einfach jetzt hier schwarz ansprühen ich habe hier schon angefangen schwarz ansprühen und diese Latten mit dem Druckluftnagel drauf schießen wenn ich nicht durch das Blech komme wenn es die Nägel quasi verbirgt dann war es das eh dann sind die ganzen Bretter kaputt weil wahrscheinlich die Nägel das Holz dann noch spalten zum Schluss und lauter so Geschichten dann kann ich die Nägel wieder rausziehen dann habe ich tausend Löcher drinnen ich vermute nicht dass ich durch dieses Blech durchkomme und das Thema WLAN leider da die WLAN-Qualität drunter also ich habe wie gesagt ein LAN-Kabel am Rechner aber ich will ja trotzdem mit dem Handy ich habe verschiedene Tablets ich habe einen Laptop rumstehen alles mit WLAN und ich habe keinen Bock dass ich dann ein gutes WLAN verschlechter mit dieser Platte an der Wand und nochmal Upcycling heißt ja für mich nicht Müll produzieren ich lasse das jetzt mal so stehen und dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben was würdet ihr tun vielleicht bekomme ich ja von euch ein paar Tipps die mir helfen können weiterzumachen vorbohren und reinschrauben möchte ich auch nicht da sieht man die Schrauben wieder oder verschwende ich einfach nur meine Zeit mit diesem Scheiß hier ich könnte auch theoretisch eine Akustikpaneele fertig kaufen wäre wahrscheinlich einfacher bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal